Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute die Katscha. Hallo! Und hallo ihr zwei, wir spielen hier zu spät und jeder von uns ist auf einer eigenen kleinen Säule und wir bekommen zufällige Items und müssen damit alle anderen runterschubsen. Ich habe schon zwei Blöcke bekommen, eine Draptor, die brauche ich erstmal nicht, ich bekomme Kohle. Okay, nein Katscha. Was ist denn das hier? Bleib auf deiner Seite. Ach, das ist eine Person. Was hast du denn da gehabt? Äh, Tommy Villages habe ich weggemacht. Ich habe, nein, 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 Holzschwert habe ich. Der grüne geht glaube ich zu dir. Okay, der geht schon mal nicht zu mir hier drüben. Aber du gehst hier schon ein bisschen in meine Richtung, was mir nicht ganz so gut gefällt. Aha. Nein, Katscha, du hast so viele Blöcke. Nicht schubsen, ja? Ja, ja. Ey, wenn du hier rüberkommst, was hast du denn jetzt hier alles? Oh, oh, ich habe echt ein bisschen Angst vor dir. Hey, was machst du denn da? Lass das mal. Guck mal, ich habe Schneeeimer bekommen. Guck mal, geh mal da rein. Nein, den hättest du abbauen können. Katja, wie du... Oh nein, was hast du denn jetzt da insgesamt? Wie so ein Fies ist das? Hör mal auf. Ich mach gar nichts. Hallo. Katja, ich bau dir ja alles ab. Kannst du mal auf deiner Seite bleiben? Nein. Warum nicht? Nein. Was war das denn? Du hast einfach eine Hexe hier platziert. Hör auf, die Blöcke abzubauen. Oh, das dauert ja 100 Jahre. Ich geb dir ein Geschenk, ja? Hier, platziert es mal bei dir. Nö. Ich bin auf jeden Fall relativ weit oben. Es wurde gerade jemand weggeschnetzt. War der Grüne gerade jemand weggeschnetzt? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Ich hab was. Guck mal hier. Ja, ich hab auch was. Oh nein. Bitte kein Pfeil. Oh nein, das ist sogar Rüstung. Moment, es sind noch 5 Leute. Da ist einer unten überhaupt. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Was machst du denn jetzt da unten, Katja? Hallo? Oh nein! Warum? Nein! Wie ist das? Oh nein. Jetzt sind noch 3 Leute übrig. Ihr beide und noch der Weiße da hinten. Vierter Platz wurde ich. Okay, was macht ihr beide denn jetzt da für ein Quatschi insgesamt? Oh oh. Kommt der Grüne zu dir? Was hat der denn jetzt da? Keine Ahnung. Er schweißt dir den Willen zu. Oh nee. Oh, der Weiße läuft da hinten rum. Was macht der da? Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was er macht. Du bist auf jeden Fall schon sehr gut ausgerüstet, Katja, insgesamt. Ja, danke. Das ist echt nicht schlecht. Oh. Oh. Du wurdest sogar getroffen, da bin ich geschubst. Die sind aber abgeschaut. Wow. Oh, Tja, Kakao. Das war's. Okay, jetzt gibt es noch den Grünen und den Weiß da hinten. Okay. Wer wird gewinnen? Es macht 2 Minuten 20. Und die schubsen sich, die schubsen sich. Oh, er ist runtergeplopst. Oh nein. Der Grüne wurde zweiter Platz und ich vierter Platz und du wurdest dritter Platz. Ich glaube schon. Ja. Nächste Runde startet. Wir werden jetzt zufällig getauscht. Oh nee. In 21 Sekunden. Okay, wir bekommen zufällige Items. Wir haben hier die kleinen Türme. Also wir sind sehr schnell runtergeplopst. Die Leute sind da runter springen. Oh nein, stimmt. Und wir werden jetzt einfach getauscht. Oh, das ist so fies. Okay, ich bin gespannt, mit wem ich getauscht werde. Ich hoffe. Da springt schon einer. Da fällt. Einer ist einfach schon runtergeplopst. Oh, wir wurden getauscht. Oh, da fallen zwei. Oh, das ist richtig gefallen. Wow, wo ist denn da los? Oh, ich bin hier beim Grünen. Oh, stimmt. Hier ist der Nachbar und meine Nachbarn sind nicht mehr da. Ich bin runtergefallen. Gott, der hat es versandt. Oh nein. Es sind noch vier Leute da in den ersten paar Sekunden. Also das Tauschen ist wirklich so mies und fies. Jetzt wird nochmal getauscht gleich. Oh. Nein. Ich habe den Kräuse gefallen. Es hat einer sofort gewonnen. Ich wurde aber zweiter Platz. Also es war eine kurze Runde. Es war echt eine kurze Runde. Nächste Runde, Katja. Und wir werden wieder getauscht. Und es gehen, Leute, sofort schon nach unten. Okay, einer hat sich ganz geschafft. Halt habe ich bekommen. Okay, eigentlich macht es gar keinen Sinn, sich irgendwo hochzubauen, da man eh getauscht wird. Deswegen gehe ich mal so schnell wie möglich zu dir. Guten Tag. Nicht schubsen sofort schon, Katja. Was ist denn hier los? Lass mich mal in Ruhe. Zwei, eins. Okay, wir wurden getauscht. Einer ist runtergefallen. Oh, stimmt. Wo sind wir? Du bist jetzt da. Der Grüne. Wo ist der Grüne? Da ist der Grüne. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll insgesamt, wenn wir hier immer getauscht werden. Ich weiß auch nicht, was das Beste ist. So entlang. Ich baue mich einfach mal direkt immer zu Leuten hin insgesamt. Es sind auf jeden Fall noch einige bei euch nebendran. Okay, der Grüne. Oh, der Grüne ist weg. Bist du gesprungen? Äh, nee. Ah, du bist da. Der Grüne ist auf jeden Fall gefallen. Okay, ich bin jetzt da, wo der Grüne war. Oh, nein. Ich könnte auch getauscht werden mit einem unten natürlich. Okay, Bett habe ich bekommen, brauche ich auch erstmal nicht. Du bist hier auch wieder direkt neben mir, Katja. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Katja! Ich bin in der Mitte. Bist du gerade gesprungen? Ja. Oh, okay. Ich bin aber in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Ach, Mann. Okay, es wurde wieder jemand weggeschätzt. Es sind noch drei Leute übrig. Ja, ich habe hier ganz viele Sachen aufgesammelt. Wollen wir nicht nach unten gehen? Bist du unten? Oh, das ist nichts Gutes. Ja. Ach, du bist die, die unten ist? Ja. Und einer ist über mir. Einer ist über mir. Oh. Wow, war das fies. Der hat oben einfach abgebaut. Oh, du wurdest mit ihm getauscht. Jetzt ist er unten und du bist oben. War das fies. Ich konnte auch nicht nach unten gehen. Warte, was du? Ja, okay. Dann komm, ich gehe lieber runter. Ja, du solltest gleich springen. Aber ich springe ganz woanders hin. Ja, springen. Vier, drei. Ja. Klappt das? Ja, perfekt. Du kannst gewinnen. Du kannst gewinnen. Du hast gewonnen, Katja. Wie gut war das denn? Danke. Unten ist Lava, aber die Blöcke sind brüchig oder werden brüchig? Och, nee. Ich weiß nicht ganz wo. Doch, guck mal, guck mal, guck mal. Die werden wirklich brüchig, wenn man draufsteht. Was heißt denn, dann kann ich ja... Guck mal, der blumst gleich nach unten. Man darf nicht zu lange auf einem Block draufstehen. Oh, stimmt's. Oh, wow. Das ist ja super, super, super schwer. Aber wenn man wieder runter geht, werden sie wieder repariert. Ah, verstehe. Oh, ist das schwer. Okay, was machst du denn jetzt, Katja? Du kommst mir ein bisschen zu nah gerade insgesamt. Hey. Okay, das... Hallo. Hallo, Katja. Wir bekommen irgendwie mehr... Tschöne. Abnächst. Ich weiß, wer der Nächste sein wird. Hoffentlich nämlich der Grüne. Okay, man muss so achten. Auf die ganzen Blöcke muss ich immer bewegen. Okay, man darf wirklich nicht auf einem Block stehen bleiben hier insgesamt. Oh, ist das schwer. Okay, der Grün-Freche ist da unten gerade. Geh mal zum Grünen gleich mal hin. Was habe ich hier jetzt noch? Was ist das hier? Pufferfisch. Okay, brauche ich nicht. Ich höre jetzt die ganze Zeit hier Blöcke zerbrechen. Oh nein, man muss sich hier so beeilen insgesamt. Hier weiter. Oh nein, ich brauche Blöcke, ich brauche Blöcke, ich brauche Blöcke. Man ist hier wirklich angewiesen auf die ganzen Blöcke. Was denn jetzt hier passiert? Oh nein. Bei mir ist er... Ich habe ihn aber auch geschubst. Ich habe ihn aber auch geschubst. Oh nein. Da fällt aber auch noch einer. Oh, der geht ja auf den Slime drauf. Und jetzt da drauf. Was ist denn da los? Ich wurde aber vierter Platz. Und... Katja, schau mal. Wir haben Portale unter uns und wir tauschen die Inventare zufällig jede zehn Sekunden mit einem anderen Spieler. Das bedeutet, man sollte alle Blöcke so schnell wie möglich platzieren. Ich habe einen Diamantblock bekommen von irgendjemandem. Okay, man muss sie wirklich schnell platzieren. Sonst bekommt jemand anders seine Blöcke. Schnell, 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 schnell. Diamantblock kommt zu mir und dass dann keiner andere bekommt. Sehr gut. Okay, was ist denn da los? Vor allen Dingen wird auch die Rüstung getauscht dann insgesamt. Da bin ich mir echt nicht ganz sicher. Wo stehst du denn da rum? Hi. Hallo. Ich habe eine Kogosfrucht gegessen. Bitte? Ja, ich habe eine Kogosfrucht gegessen. Oh, es ist da los. Okay, meine Taktik ist, sich auf jeden Fall nach oben zu bauen. Das mache ich erst mal. Okay, wieder andere Items. Aber das klappt eigentlich ganz gut mit den neuen Items. Ach, ich kann mich nicht höher bauen als Portale. Jetzt hast du aber verloren, Katja. Ach, Mann. Wolltest du bei mir hoch? Ja. Wieso? Wie ist es das? Was bekomme ich denn jetzt hier? Ich habe auch kein Schwert und gar nichts. Okay, was macht die Kunde denn da für ein Quatsch? Pass ja auf, ne? Du bist schon sehr nah an seinem... Ja, ja. Au. Hey, wow. Ach, die Tiere. Wow. Die Tiere gehen auch... Die gehen auch... Oh, nein. Ich kann dir damage machen. Guck mal, ich mache damage. Aua, er macht mir auch damage. Okay, wir haben ihn, wir haben ihn. Oh, der wurde alles teleportiert. Grün ist schon mal weg. Was passiert denn da hinten gerade alles? Ich wusste nicht, dass die Tiere auch alle teleportiert werden. Okay, neue Items bekommen wir jetzt wieder. Ich muss echt den Zeitpunkt ein bisschen abwarten, bis ich irgendwas sehr Gutes bekomme. Okay, ich gehe mal tendenziell hier vorne in die Richtung. Das ist ja so, so schwierig. Ich gehe mal davon aus, dass die Rüstung auch durchgetauscht wird. Es sind noch vier Leute übrig. Da schubsen sich gleich zwei weg eventuell. Okay, neue Items kriegen wir jetzt. Okay, ich habe nichts Gutes bekommen. Obwohl, ich bekomme immer einige Blöcke dadurch. Oh, sehr gut. Der andere steht da auch schon mal sehr gefährlich. Ich könnte zu ihm hingehen. So, nach unten, nach unten, hier entlang. Oh, ich habe eine Spitzhacke. Nein. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich kann schubsen. Ich kann schubsen. Oh, ich habe ihn. Habe ich ihn? Oh, da ist er, da ist er. Ich kriege ihn, ich kriege ihn, ich kriege ihn. Er kommt zu mir, ich bleibe erst mal hier stehen. Er ist über mir, er ist über mir. Ich habe keine guten Sachen. Ich weiß nicht, was er hat, aber es wird eh gleich wieder getauscht. Ich habe wieder keine guten Sachen. Okay, ich würde erst mal gerne hier stehen bleiben. Hier bin ich relativ sicher. Er ist da. Nein. Zweiter Platz bin ich. Immerhin. Oh, das war knapp. Oh, Kiata, schau mal. Die sind hier auf der Sandmap und hier unten sind einfach die Portale. Wie gut ist das denn? Okay, man muss richtig, richtig gut aufpassen. Tschüss, guck mal, guck die Grünen an. Ja. Oh, nein. Perfekt. Kiata. Ach, Mann. Oh, nein. Okay, man könnte nach unten gehen und unten dann sofort den Sand abbauen und dann fällt derjenige komplett runter. Ich hätte Lava, aber mit Lava traue ich mich nicht, nach unten zu gehen. Das wäre richtig, richtig doll knifflig. Wasser wäre natürlich um einiges besser, was du hast. Was ist denn da los? Okay, ich gehe mal hier entlang. Ich muss mich auf jeden Fall sicher hochbauen, dass nicht jemand bei mir den Sand abbaut. Das wäre absolut ganz so gar nicht gut. Bis nach unten, hast du irgendwas, das du unten Leute wegschnetzen kannst? Nö. Ich habe nur Lava und ich werfe dem Grün nicht hier Sachen zu, die ich nicht brauche. Okay, der hat einen Helm insgesamt. Okay, ich gehe mal hier entlang. Ja, ich weiß nicht ganz, wie oder wo ich die Lava platzieren könnte. Hier entlang. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das kann ich alles mal dem Grün geben. Was ist da los? Okay. Ich brauche jetzt bei allen das ab. Stimmt, gehen wir noch. Oh, wie haben wir die Portale weg? Ich jetzt gerade, du brauchst ja wirklich bei allen das ab. Du stellst da durch Leute weg. Was ist da los? Hier fällt alles. Oh nein, ich bin nur reingefallen. Aber hier ist Wasser. Alles gut. Oh, was ist da los? Okay. Da unten sind, oh, da sind aber Leute bei dir und du baust das. Oh, tschüss Grüner. Bye, bye. Der geht durch das Portale durch. Oh nein, oh nein. Er fällt, er fällt. Er fällt die ganze Zeit. Oh, was ist denn da los? Der Sand fällt für immer. Alle fallen für immer fällt mir gerade auf. Katja, was ist denn hier los? Schau dir das mal an. Oh, du willst ihn wegschnetzeln? Ich habe nichts Gutes hier insgesamt. Ich hätte Wasser. Das ist nicht so schlecht. Oh, wow, da ist jemand bei mir wegschnetzeln worden. Oh, ich habe was ein bisschen Besseres. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier sind so viele. Ich sehe nur noch Sand hier. Was ist da denn los? Ich glaube, es werden zwischendurch auch irgendwelche Eisengolems hier teleportiert. Was ist das denn? Mies und Fies. Ich mache dir mal ein Geschenkkater, ja? Ja, wach mal. Jetzt kommt das für dich mit. Oh, runter hoffentlich. Oh nein. Kommt der Creeper runter? Ist er unten gelandet? Oh, ihr seid ja noch zu zweit. Wo ist denn noch einer? Da steht noch einer. Den könnte ich natürlich auch einfach runterschubsen. Schaffe ich das so? Ja, das schaffe ich so. Und er fällt nicht mal dadurch runter. Mies und Fies ist das. Okay, ich werfe mal alles weg, was ich nicht brauche. Weg, 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 weg. Vielleicht bekomme ich noch einen Bogen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Wo seid ihr denn alle hier? Gleich tot. Oh oh. Nein, ich bin runtergefallen. Oh, ich werde weggeschnetzelt. Oh oh. Oh nein. Da unten ist einer. Okay, ich bin nicht das. Oh nein. Du hast weggeschnetzelt durch den Grünen. Ja. Wow, was macht das Kamel hier bei mir? Was sind da alles? Oh, hier wurde... Ich habe einfach Items bekommen. Was sind das hier? Okay, da hinten steht doch einer. Ich bräuchte irgendwas zum Werfen oder Schießen. Also noch drei Leute übrig. Ich, er und da unten die Person. Oh nein. Ich habe halt leider keine guten Items. Ich habe kein Schwert. Ich habe gar nichts insgesamt. Und auch keine gute Rüstung. Ich habe eine Angel. Kann ich ihn angeln? Warte, warte, warte. Ich baue mich hoch zu ihm und dann angle ich ihn. Das ist ja so gut. Okay, schneller umbauen, schneller umbauen. Okay, ich glaube, will der auch zu mir. Ich weiß gar nicht, was der gerade macht. Der ist da vorne. Okay, das crafte ich um. Ich sehe hier nur Sand runterfallen durch die Portale die ganze Zeit. Okay, das habe ich. Bitte, 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 bitte. Oh, ich komme da nicht dran. Ich komme da nicht dran, glaube ich. Komme ich da dran? Ich komme nicht dran. Sehe ich das richtig? Ja, ich komme nicht dran. Ich müsste höher und näher zu ihm. Okay, aber er darf natürlich auch keinen Verdacht schöpfen hier insgesamt. Er geht aber auch super, super weit hoch. Aber er hat hoffentlich keine Angel. Und sobald wir auf derselben Höhe sind, könnte ich ihn angeln. Okay, das habe ich sehr gut. Hallo. Und kriege ich ihn, kriege ich ihn. So kriege ich ihn aber. Oh, wo kommt der Allee her? Oh nein. Schnell, 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 schnell. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Wir haben auch nicht mehr lange Zeit. Oh nein. Werde ich zweiter Platz überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Und bitte, 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 bitte. Habe ihn angeangelt? Habe ihn gezogen? Und? Oh nein, ist das knapp, ist das knapp? Oh, ich habe ihn wieder gezogen. Oh nein, oh nein. Das ist ein Wechs, das ist ein Wechs. Ich muss hier runter, ich muss hier runter. Nein. Oh, noch null Sekunden. Oh nein. Werde ich dritter Platz? Ich glaube, ich werde dritter Platz. Tatsächlich, ich bin dritter Platz geworden. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch. Und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.